Das ist Paul. Einen wunderschönen guten Tag. Sein Job ist es... Wie bitte? ...mit anderen Leuten Schluss zu machen. Der verlässt mich, weil ich cholerisch bin? Ich bin doch nicht cholerisch. Er hat eine fantastische Freundin. Gibst du mich eigentlich? Liebe, weißt du, das ist so ein großes Wort. Und Wahnsinns-Aussichten. Wie viele Trennungen haben Sie jetzt eigentlich noch? Wenn alles glatt geht, können Sie gerne schon nach dem ersten als Partner einsteigen. Bis er... Ihre Freundin möchte die Beziehung gerne beenden. Sind Sie von der Versteckenkamera? Sie sind von der Versteckenkamera? Toto trifft. Ich will ohne Karate nicht mehr leben. Und deswegen springe ich jetzt hier runter. Oh Gott, der ist wahnsinnig. Der ist eine Gefahr für sich und für alle anderen. Ich bin halb mit meiner Wurst, das reicht mir aber. Für euch einen Fahrzeugpapierer. Scheiße ist das Scheiße. Scheiße! Kann ich heute Nacht bei Ihnen schlafen? Ah! Ich will es so nicht. Nippo. Single. Single. Der ist ja krass. Das ist das Lied, wo Katja und ich uns kennengelernt haben. Jetzt hör mal auf mit Katja, ja? Spiel dich frei. Stürze dich ins Leben. Du machst nicht wahnsinnig mit all den Macken und Tricks. Du bist auch nicht so ohne. Du furzt im Schlaf. Ich furze nicht im Schlaf. Wer will es denn das wissen? Du schläfst doch. Ich wollte mich einmal erkundigen, wie es Thorsten so geht. Ich vermisse ihn nämlich ein bisschen. Jede Liebe ist doch einzigartig. Wichtig ist doch vor allem, was man einander geben kann. Die große wahre Liebe, die gibt es nur Märchen. Die Liebe ist nichts für Feiglinge. Das ist eigentlich eine Partnerübung. Oh, 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 es löst sich. Oh ja. Schlussmacher. Kunst. Ich liebe Kunst. Kennst du die Kunstabteilung bei Ikea? Könnte mich da totstöbern. Willen Sie ein wenigstens? Das ist eigentlich ein bisschen. Ich liebe Kunst. Geist ein wenigstens. Ich bin attent. Ich bin voll amit. Ich bin voll amit. Vielen Dank.